Guten Abend auch von mir und wir haben diese besondere Zeit, wo wir uns nicht in die Augen schauen können, wo wir uns nicht in die Arme schließen können und die Sehnsucht wächst, die Sehnsucht danach, dass wir es endlich tun können. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen wird. Wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht etwas dazu hören, vielleicht auch erst nächste Woche. Lass uns echt Zeit nehmen dafür zu beten und wir wollen am Sonntag einen Gebetstag machen. Ich werde dazu auch noch was rumschicken. Plant euch das schon mal ein, dass wir Sonntag einfach als Einzelne, als Familien und im Geist verbunden auch als Gemeinde zusammen uns wirklich intensiver dem Gebet widmen wollen, für einfach die ganze Situation zu beten, in dieser ganzen Situation zu beten. Das zu tun, wozu Gott uns aufgerufen hat, in allem dankbar zu sein, ihn zu loben, trotzdem, dennoch, gerade. Dankbar zu sein für die guten Dinge, die uns in allem, wo es uns vielleicht nicht gut geht, wo wir es vielleicht schwer haben, wo das Ganze vielleicht auch bisher noch relativ harmlos war, aber mehr und mehr sich abzeichnet, welche Folgen auf uns zukommen werden. Lass uns beten. Lass uns beten weiterhin für Menschen, die krank sind, die leiden, die mit dem Leben ringen. Lass uns auch weiter dafür beten, dass diese ganze Situation Menschen auch in ihrer Seele dazu führen, dass sie ringen, dass sie nach dem Sinn fragen, nach Zukunft und Hoffnung fragen, nach dem Glauben fragen, nach dem Fragen, was wirklich trägt, was wirklich zählt. Und lass es uns selber auch suchen, dass wir uns reinigen von allem, was uns irgendwie abhält. Wie der Hebräerbrief sagt, lass uns die leicht umstrickende Sünde ablegen, die uns beim Laufen hindert, die uns daran hindert, das Ziel zu erreichen. Ja, wir sind jetzt im zweiten Buch Mose und es geht um den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Und der Auszug, das ist das große Rettungswerk Gottes, was das Volk Israel, was die Nachkommen Israels, die Juden auch heute noch feiern, worüber sie heute noch intensiv immer wieder nachdenken in ihren Festen, ja, das ist die Grunderfahrung des Volkes Israels. Er ist unser Retter, er ist unser Erlöser. Er hat uns aus der Sklaverei gerettet. Wir waren versklavt, wir waren unterdrückt, wir waren, ja, mit dem Tod bedroht. Und das ist die Situation, wie sie sich hier im zweiten Buch Mose am Ende von Kapitel 1 zuspitzt. Es wird tatsächlich in Ägypten ein Genozid versucht. Man spricht dann immer von den Genoziden im 20. Jahrhundert. Und natürlich zuallererst und vor allen Dingen von dem Holocaust, dem Versuch, das Volk Israel, die Juden aus Europa völlig auszulöschen. Sie entweder zu vertreiben oder zu vernichten. Aber das hat es immer auch gegeben in der ganzen Geschichte der Menschheit, immer und immer wieder. Es ist die Bösartigkeit der Sünde des Menschen, die sich darin in besonderer Weise zeigt. Man nimmt ein Volk, das schwächer ist, man nimmt die, die irgendwie anders sind, macht sie zum Sünden Bock und vertreibt sie, unterdrückt sie, tötet sie. Aber noch mehr, wenn es um das Volk Israel geht, dann geht es um noch mehr. Und darüber haben wir auch letztes Mal nachgedacht, letzten Mittwoch. Es geht auch um den Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es geht um Gottes Erlösungs- und Rettungswerk, nicht nur in Bezug auf das Volk Israel, in Bezug auf ihre Situation als unterdrücktes Volk, sondern es geht auch um die Erlösung und der Rettung der Menschheit schlechthin. Aus der Versklavung der Menschen unter dem Fürsten der Finsternis. Das ist diese Sklaverei, von der Paulus spricht im Epheserbrief Kapitel 2. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Und wir standen unter einem Herrscher, dem Herrscher dieser Welt, den Fürsten dieser Welt, dem Satan. Und das ist nicht etwas, was man sozusagen bewusst wahrnimmt. Das ist etwas, was unsichtbar ist, es ist etwas Geistliches. Viele Menschen verstehen das nicht, begreifen das nicht, erkennen das nicht. Sie sind blind dafür. Deswegen gibt es immer wieder so viele Blindenheilungen im Evangelium. Deswegen wird schon bei den Propheten gesprochen. Die Blinden sollen sehen. Und Jesus ist gekommen, die Blinden sehen zu machen. Wir haben es vorhin gesungen. Und es geht nicht nur und vor allen Dingen nicht zuallererst um Menschen, die physisch blind sind. Ja, auch sie wurden geheilt von Jesus. Gott möchte, dass wir die Schönheit dieser Welt, dieser Schöpfung, die er geschaffen hat, die Herrlichkeit dieser bunten, wunderschönen Schöpfung, dass wir sie sehen und betrachten und bewundern. Er möchte, dass wir das genießen mit unseren eigenen Augen. Ja, noch mehr. Er möchte, dass wir eines Tages ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, mit unseren eigenen Augen ihn schauen. Und da geht es dann eben schon ins Geistliche hinein. Es ist eben nicht nur das physische Auge, was zu unserem Körper gehört, was sowieso vergehen wird, was nicht in das Reich Gottes hineinkommen wird. Aber als Menschen der Auferstehung werden wir auch Augen haben zu sehen. Aber das Eigentliche, worum es in diesem Sehendmachen geht, dass die Blinden sehend gemacht werden, geht es darum, dass unsere geistliche Blindheit weicht. Dass wir endlich Licht bekommen, dass das Licht der Welt eindringt in unsere Finsternis. Dass wir erkennen, dass er der Retter, unser Retter ist. Und oft fängt es damit an, dass ein Lichtglanz in unser Leben hineinfällt und wir erstmal begreifen, dass wir überhaupt Blinde sind, dass wir Gefangene sind, dass wir Versklavte sind. Vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Aber irgendwann merkst du das. Irgendwann zieht sich die Fessel immer stärker zusammen, sodass der Druck immer stärker wird. bis es um dein Leben geht, bis dir diese Sklaverei den Atem abschnürt, bis es deine Söhne fordert, bis deine Kinder dabei draufgehen unter dieser Herrschaft der Finsternis in deinem Leben. Und so war es. Der Pharao hatte die Herrschaft in diesem Land und hat Druck ausgeübt, sodass die Israeliten ihre Kinder im Nil aussetzen mussten. Und wenn sie es nicht freiwillig getan haben, dann mussten sie, wurden sie dazu gezwungen. Ihnen wurden die Kinder weggenommen. Die Jungs, die Neugeborenen, Babys. Wir lesen jetzt in 2. Mose 2. Unter dieser Drucksituation lesen wir von einem Ehepaar, von einer Familie. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Hier bleiben sie noch ohne Namen. Später werden ihre Namen genannt. Ein Mann aus dem Haus Levi. Eine Frau. Auch aus dieser Familie, aus diesem Stamm. Levi, der Priesterstamm. Noch ist das alles nicht offenbar. Noch weiß das Volk Israel nicht, dass der Stamm Levi ein besonderer Stamm ist. Er ist ein Stamm unter vielen. Ein Mann aus einem der Stämme Israels. Eine Frau. Er heiratet sie. Ja, er nimmt sie sich zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Wie selten, dass es diese Reihenfolge noch gibt. Eine Frau heiraten. Dann miteinander schlafen. Ein Kind zeugen. Sie wird schwanger. Sie gebiert das Kind. Es gab eine Zeit, da ging es in der Reihenfolge. Die Frau wurde schwanger und er nahm sie zur Frau und sie gebar einen Sohn. Heute passiert Folgendes. Die Frau wurde schwanger, gebar einen Sohn und vielleicht haben sie dann auch irgendwann geheiratet. Gott nimmt das mit der Ehe ganz wichtig, weil er möchte, dass ein Kind, was geboren ist, was ein schutzbedürftiges Wesen ist, dass es in einer sicheren Umgebung aufwächst, gesegnet mit einem Vater und einer Mutter, die in Liebe zueinander verbunden sind. Das ist Gottes Plan für diese kleinen schutzbedürftigen Wesen. Warum meinen wir es denn besser zu wissen? Vielleicht meinen wir auch gar nicht, es besser zu wissen. Wir versuchen es vielleicht, aber wir kriegen es nicht hin, weil wir so getrieben sind von unserer Begierde. Gottes Plan ist ganz klar. Er sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhaften, anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden. Hier wird genau das beschrieben. Ein Mann wird eigenständig, selbstständig, wird verantwortlich für sein eigenes Leben und kann darum auch Verantwortung für eine Frau und für Kinder übernehmen. Dann haftet er. Er macht sich eins mit einer Frau. Er nimmt sie zur Frau. Er heiratet sie. Und manche, es gibt eine Menge Christen, die heutzutage sagen, aber warum muss man denn heiraten? Das muss man doch gar nicht. Man kann doch auch so vor Gott zusammen sein. 1. Korinther 7 sagt Paulus, Wenn ihr euch nicht enthalten könnt, wenn ihr unbedingt ein Mann und eine Frau, wenn ihr unbedingt zusammen sein müsst, weil ihr so zueinander hingezogen seid, es ist nichts Böses, es ist keine Sünde, aber dann heiratet doch. So sagt es Paulus. Also, das ist Gottes ganz natürliche und auch logische Reihenfolge. Wie gesagt, logisch, weil Gott Kinder liebt und weil er möchte, dass die Kinder mit Vater und Mutter aufwachsen, in einer geborgenen Atmosphäre, wo der Mann 100% Ja sagt zu seiner Frau und die Frau 100% Ja sagt zu dem Mann. Der Ehebund, der darauf gegründet ist, auf dem 100% Ja Gottes zu uns und auf dieser Grundlage zu sagen, okay, weil Gott 100% Ja sagt zu mir, will ich auch zu dir 100% Ja sagen. Ich will treu sein, treu zu dir stehen, in guten und in schlechten Tagen, egal was kommt. Denn das brauchen wir als Ehepartner, als Ehemann brauche ich das, dass meine Frau so treu zu mir steht. Meine Frau braucht es, dass ich so treu zu ihr stehe. Und vor allen Dingen, auch unsere Kinder brauchen das. Wenn es gut geht, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, wenn wir gesund und stark sind und nichts uns stoppen kann oder wenn die große Wirtschaftskrise kommt, die große Seuche kommt. Gerade da brauchen wir eine stabile Ehe, eine stabile Familie. Eine Ehe, die gegründet ist, auf dem Felsen, der nicht wankt und wackelt. Okay, also, genug davon. Weiter geht's. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Also, sie hat ein Kind geboren und sie nimmt dieses Baby in ihre Arme und schaut es an und denkt, oh, ist der schön, den verstecke ich. Das Wort, was hier steht, ist eigentlich das Wort, was verwendet wird in vielerlei Bedeutungsebenen. Es ist aber das Wort, was normalerweise eigentlich mit gut übersetzt wird. Das ist ein Guter. Das Kind ist gut. Es erfreut mein Herz. Und es gibt kaum eine Mutter, die das vielleicht nicht sagen würde, wenn ihr Baby geboren ist. Wenn es nach dieser schweren Geburt, nach den Schmerzen, endlich sind die Schmerzen vorbei. Und Gott hat es ja auch so eingerichtet, dass dann alle möglichen Hormone ausgeschüttet werden in ihrem Inneren. Und dann nimmt sie das Baby in die Hand und ja, sie weint vor Freude, dass das Baby jetzt da ist. Und da bist du endlich. Ja, du bist es. So zerknautscht dieses Kind auch aussehen mag. Es ist willkommen. Es ist willkommen. Diese Frau heißt dieses Baby willkommen. Du bist willkommen. Du bist mir wohlangenehm. Ich gebe dich nicht mehr her. Das ist das, was Gott sich so wünscht, dass wir als Eltern, wenn wir ein Kind bekommen, wenn er uns ein Kind schenkt, in welchen Umständen auch immer. Und wie gesagt, die Idealen, die besten Voraussetzungen sind ein verheiratetes Ehepaar, was dieses Baby in Empfang nimmt. Aber es gibt so viele andere Situationen, wie ein Baby entsteht und dann kommt es auf die Welt in irgendwelche Situationen. Ich sage euch, egal. Hauptsache, du heißt dieses Baby willkommen. Wenn du vorher ein chaotisches Leben geführt hast, dann ist es spätestens, wenn das Baby kommt, dran, sein Leben zu ordnen. Damit dieses Kind, dieses schutzbedürftige Wesen willkommen geheißen werden kann. Mit Liebe begegnet werden kann, wenn es auf die Welt kommt. Schon im Mutterleib. Also, dieses Kind ist gut. Natürlich ist es ein Sünder. Und in dem Sinne nicht gut. Aber es ist von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Gott möchte, dass dieses Baby da ist. Und nicht nur dieses eine Baby, sondern alle Babys sind willkommen. So schön, wir haben uns Jurek da hinten, wir haben uns über seine Frau unterhalten, die Hebamme, das Hebammenhandwerk erlernt. So schön, Linda. Und alle anderen Schwestern, die in diesem Beruf arbeiten, diese Kinder auf die Welt zu bringen. Und dabei zu helfen, dass die Kinder willkommen geheißen werden. Aber das ist natürlich zuallererst und vor allen Dingen Aufgabe der Eltern. So, jetzt ist eben diese Bedrohungssituation da. Dieser Junge, dieser Junge, es ist ein Junge, es ist ein Sohn und das ist eigentlich eine freudige Nachricht, aber es ist in diesem Moment eigentlich eine Schreckensnachricht, weil, das heißt, er muss in den Nil geworfen werden. Wir werden ihn nicht behalten können. Was wird mit ihm geschehen? So ein heftiger Druck, der auf dieser jungen Familie lastet. Es ist nicht das erste Kind. Nein, sie haben schon zwei Kinder. Dieses Gebot des Pfarrers ist gerade erst frisch erlassen worden. Und das Baby, was sie haben, ist ein Junge. Aber weil es so willkommen ist, weil es so wohlangenehm ist, weil sie im Glauben dieses Kind als Geschenk Gottes sehen, setzen sie alles daran, dass es leben darf, dass es leben kann. Es ist diesem grausamen Gebot des Königs nicht Folge geleistet wird. So verstecken sie das Kind. Vers 3, und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, und es war einfach in dieser Zeit, nachdem das Stimmchen immer lauter wurde. Am Anfang ist das Stimmchen von so einem Baby ja noch leise. So sehr es auch schreit aus Leibeskräften, so ist die Stimme doch meistens noch relativ zart. Aber das Kind trainiert. Je öfter es Hunger hat, desto öfter schreit es und desto lauter wird der schreien. Es gewinnt Kraft mehr und mehr. Und nach drei Monaten lässt es sich nicht mehr verstecken. Die Nachbarn werden kommen. Sie werden die Familie anzeigen. Irgendeine Patrouille wird vorbeikommen und wird das hören und wird nachschauen und wird den Jungen in den Nil schmeißen. So überlegt sich die Frau in ihrer Not eine Sache und irgendwie ist sie auf diese wunderbare Idee gekommen. Ich weiß nicht wie, aber es kann sein, dass die Geschichten von Noah und der Arche immer noch weitererzählt wurden und sie davon wusste. Hier steht nämlich, als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Und hier dieses Wort Kästchen ist tatsächlich dasselbe Wort, was bei der Geschichte von der Arche steht. Es steht sonst nirgendwo in der Bibel. Nur in dieser Geschichte und bei der Arche. Das heißt, sie hat eine kleine Arche gebaut für ihr Baby, was jetzt nun in den Nil hinein sollte. Aber es sollte nicht sterben, es sollte nicht ertrinken. Das konnte sie nicht übers Herz bringen. So hat sie es hineingelegt in diese Arche und hat ihr Baby losgelassen und Gott anvertraut. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Er hat eine große Schwester, wir werden sie später auch noch kennenlernen. Die Miriam, sie hängt so an diesem Baby. Drei Monate lang hat die große Schwester Eititai mit dem Baby gemacht. Es war auch ein bisschen ihr Baby. Wie das so bei großen Schwestern so ist. Und deswegen, sie kann nicht loslassen, sie muss sehen, sie muss wissen, was passiert mit dem Baby. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge. Die Elberfelder übersetzt hier, ein weinender Junge lag darin, aber das steht da gar nicht. Es steht nur, siehe, ein weinender Junge. Es ist so, wir werden so in diese Geschichte hineingezogen und wir nehmen dieses Kästchen und wir machen es auf. Und siehe, nicht ein lachender Junge, ein weinender Junge. In Filmen wird da manchmal dann so als süßer kleiner Bengel dargestellt. Aber er schrie, er weinte, er war verlassen. Ein weinender Junge, sie sieht diesen weinenden Jungen. Und was macht das mit ihr? Es lässt sie nicht los. Da hatte sie Mitleid mit ihm. Es rührt ihr Herz an. Sie ist keine Frau Gottes. Sie ist mittendrin in diesem ganzen Götzenkult. Sie ist Teil eines bösen Herrschaftssystems, einer bösen Herrschaftsfamilie. Sie gehört nicht zu den Guten. Sie gehört zu den bösen Unterdrückern des Volkes Gottes. Und doch gebraucht Gott sie, um Mose zu retten. Den Retter Israels. Er rührt ihr Herz an. Er bewegt ihr Herz. Es gibt so viele Beispiele von Frauen, die eigentlich gar nicht zum Volk Gottes gehören und doch in Gottes Geschichte so eine bedeutungsvolle Rolle spielen. Gott liebt sie, diese Frauen, die einfach nur ihrem Herzen folgen, wie wir das so schön sagen. Die einfach barmherzig sind. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Sie lässt ihr Herz einfach anrühren von diesem weinenden Jungen. Sie hatte doch die Order ihres Vaters, wusste sie doch. Hier steht ja auch, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und in dem Moment hätte sie doch sagen müssen, weg damit, wusch, rein in den Fluss. Das konnte sie nicht tun. Das brachte sie nicht übers Herz. Ihr Vater hätte es vielleicht getan. Er wäre vielleicht dazu fähig gewesen, kalt und grausam, einfach weg mit diesem Baby. Das ist Abfall. Aber die Mutter, sie lässt sich erweichen. Die Frau lässt sich erweichen, dieses Kind aufzunehmen. Und das ist es. Wisst ihr, wir sind so unbarmherzig in unserer Gesellschaft, was Kinder angeht. Und Frauen werden dazu getrieben, grausam und unbarmherzig zu sein und Kinder zu töten. Sie werden dazu verführt, sage ich ganz bewusst, weil ihr eigenes Herz würde, wenn sie das Baby in der Hand haben würde, sofort sagen, nein, das töten wir nicht. Wir kümmern uns darum. Selbst wenn sie noch so unfähig wären selber, weil sie so schwach sind, weil sie so belastet sind, weil sie so krank sind oder was auch immer sein mag im Leben einer Frau. Sie würde trotzdem das eigene Kind nicht töten. Es sei denn, sie ist so unter Druck, dass sie nicht anders kann. Aber ihr eigenes Herz sagt eigentlich ja zu dem Baby. Es sind die Männer. Allen in den meisten Fällen. Es ist nicht immer so. Es gibt auch andere Fälle. Das wissen wir. Aber in den meisten Fällen sind es die grausamen, harten Männer, die ihr Herz hart machen und sagen, das wollen wir nicht. Wir haben schon zwei. Jetzt nicht noch ein drittes. Also wenn das dritte jetzt kommt, dann gehe ich. Unser Herz sollte von Liebe erfüllt sein für die Schwachen und Hilfsbedürftigen in dieser Welt. So wie Jesus Christus voller Liebe, voller Agape Liebe für die waren, die sich selber nicht helfen konnten. Sein Herz ging aus zu den Kindern, zu den Frauen, zu den Armen, zu den Kranken, zu den Behinderten, zu den Belasteten. Sein Herz ging aus und nicht nur sein Herz, sondern sein ganzes Handeln ging aus. Er war getrieben von Agape Liebe, die sich in Barmherzigkeit zeigte. Und er liebt es, wenn ein Mensch, egal wie fern er von Gott ist, dennoch sein Herz öffnet und sich erweichen lässt von dem Elend eines anderen Menschen. Und da ist es, wo Gott wirkt, wo Gott handelt. Sie hatte Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Das ist eins der Kinder von unseren Feinden. Das ist das eins von den Kindern, die uns bedrohen. Ich will es retten. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, sie wurde mutig, sie hat das miterlebt. Miriam hat dabei gestanden im Versteck und hat das alles mitgekriegt und hat gedacht, das ist die Chance. Und so mutig, dieses kleine Mädchen, so mutig, sich heranzutrauen an die Königstochter. Als eine Sklaventochter wagt sie sich vor und sagt zu ihr, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt. Was für ein kluger Schachzug. So ein kleines, smartes Mädchen. Hammer. Die Tochter des Pharaos antwortete ihr, geh hin. Sie hat Gnade, sie hat Wohlgefallen gefunden. Gott hat ihr Gnade gegeben bei der Pharaos Tochter. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Ihre Mutter rief sie. Und jetzt passiert was ganz krasses, ganz lustiges. Die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es, es war ihr eigenes Baby. Die Pharaos Tochter, die Tochter des Königs, der dieses Baby wegnehmen wollte und töten wollte. Die Tochter gibt ihr dieses Baby, was sie in die Hand Gottes gegeben hat, gibt ihr dieses Baby zurück. Sie darf es wieder in Empfang nehmen. Sie darf es stillen, sie darf es aufziehen und kriegt sogar noch Lohn dafür. Wir haben diese Geschichte vielleicht so oft gehört, als dass wir den Witz so richtig, da so richtig mitgehen können. Aber es ist einfach witzig, die ganze Story. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Mose, der Retter Israels, hat seinen Namen bekommen von einer Königstochter Ägyptens. Sie hat ihn aus dem Wasser gezogen und gibt ihm diesen Namen. Gott hat das alles zugelassen. Was für eine Ironie, dass dieser aus dem Wasser gezogene Hebräer Junge, der zum Sohn der Pharaos Tochter wird, dass er der Retter Israels sein wird, der das Volk der Israeliten aus der Hand dieses mächtigen Volkes herausführen wird. Die Ägypter erziehen sich ihren eigenen Feind sozusagen, den, der siegreich sein wird. Mose wird geboren als kleines Kind, kommt er auf die Welt ganz hilflos und ist angewiesen auf allen Schutz. Und trotz, obwohl die Situation so bedrohlich ist, hat Gott seine Hand über ihn und bewahrt ihn, weil er seinen Plan mit ihm hat. Als das Kind groß geworden war, brachte es, siehe es, der Tochter des Pharaos und es wurde ihr zum Sohn. Das heißt, das Kind wuchs eine Zeit lang auf bei seinen Eltern. Wie lange genau, wissen wir nicht. Es ging natürlich erstmal um das Stillen, aber hier steht, als das Kind groß geworden war. Wir wissen nicht genau, wann der Zeitpunkt war, als Mose tatsächlich zur Pharaos Tochter kam und dort aufgewachsen ist. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass er in dieser Zeit, wo er zu Hause bei seinen Eltern aufgewachsen ist, mit dem Bewusstsein aufgewachsen ist, ein Hebräer zu sein. Denn hier steht in Vers 11, es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer. Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Als junger Mann hat Mose das Bewusstsein, dass es seine Brüder sind, die hier diese Lastarbeit, von dieser Zwangsarbeit bedrückt sind. Er ging hinaus zu seinen Brüdern. Es war sicherlich ein Moment in seinem Leben, vielleicht hat er das vorher nie gemacht. Vielleicht war es das erste Mal, dass er hinausgegangen ist. Vielleicht gab es eine Zeit in seiner Jugend und in seiner jungen Erwachsenenzeit, wo er ganz gerne ein Sohn der Pharaos Tochter war. Vielleicht gab es so etwas wie ein Erwachen dieser Identität. Eigentlich bin ich ja ein Hebräer. Ich muss mal sehen, wie es meinen Brüdern geht. Genau wissen wir das alles nicht. Wir wissen nur, dass hier steht, dass er bewusst zu seinen Brüdern ging, dass er also ein klares Bewusstsein dafür hatte, dass er ein Hebräer war. Und Apostelgeschichte 7 bestätigt uns das. Springen wir da einmal schnell hin. Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 7 steht nämlich ab Vers 20. Hier steht, er war nicht nur der Mutter angenehm, sondern er war Gott angenehm. Gott hat ihn willkommen geheißen, hat Wohlgefallen an ihm gehabt. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen in Israel zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter schlug. Er schlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gab. Sie aber verstanden es nicht. Hier wird uns vor Augen geführt, dass Mose nicht nur ein Wissen darum hatte, dass er ein Hebräer ist, sondern vielmehr, dass er einen Auftrag hatte. Und das zeigt sich in seiner Tat. Er sieht einen seiner Brüder zu Unrecht leiden und greift ein und rettet diesen vor seinem Unterdrücker. Und er dachte in seinem jugendlichen Übermut, das müssen die Leute doch verstehen. Aber sie verstanden es nicht, sagt Stephanus hier. Und er bezieht seine ganze Rede auf Jesus. Es geht ihm darum, den hohen Priestern zu zeigen, dass schon in der ganzen Geschichte Israels die Retter, die Gott gesandt hat, vom Volk Israel nicht angenommen wurden und verstoßen wurden. Und so sagt er es hier auch in Bezug auf Mose. Er sagt, am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten und trieb sie zum Frieden. In dem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Friedenstifter unter seinem Volk. Retter vor den Unterdrückten. Friedenstifter im eigenen Volk. Richter und Oberster. Wer hat ihn dazu gemacht? Wer hat ihn dazu bestimmt? Wir werden sehen, dass es Gott ist, der Mose auserwählt hat, der Retter Israels zu sein, der Oberste Israels, der Gesetzgeber, der, der den Frieden innerhalb des Volkes durch die wunderbaren Ordnungen Gottes herbeiführen wird. Oder herbeiführen sollte. Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber demnächst ein Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach. Wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Es war der, der schuldig war, der diese Karte ausspielte. Hast du dich hier selbst irgendwie in diese Position hineinbegeben? Wer hat dich dazu gemacht? Er ist nicht bereit, eine Ermahnung anzunehmen, Zurechtweisung anzunehmen. Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Stephanus geht es darum. Mose wurde von seinen eigenen Leuten zurückgewiesen. Obwohl er dazu berufen war, obwohl er der Retter Israels sein sollte, haben sie ihn nicht angenommen. Sie haben sich nicht zurechtweisen lassen, so wie sie sich von Jesus nicht zurechtweisen lassen haben und Jesus abgelehnt haben. Mose flieht in das Land Midian, weil der Pharao ihn töten will. Er hat ein Unrecht getan. Er hat einen ägyptischen Mann getötet und soll nun selber getötet werden. Davor flieht Mose und er ist ein Flüchtling. Er kommt nach Midian und lebt dort. Und darüber werden wir dann nächstes Mal lesen. Gott hat seinen besonderen Plan mit Mose. Er hat auch seinen besonderen Plan mit der Rettung und dem Heil Israels und der ganzen Welt. Und dafür hat er Jesus gesandt. Und Jesus ist auch nicht wie ein Engel aus dem Himmel herabgekommen, eine Lichtgestalt, die alles in Ordnung gebracht hat. Nein, er ist Mensch geworden. Er ist klein und hilflos gewesen. Er war angewiesen auf die Barmherzigkeit und Liebe seiner Eltern. Er war angewiesen, vor allen Dingen und zuallererst, auf den Schutz Gottes in seinem Leben. Aber dann auch auf die Liebe der Menschen. Und doch haben sie ihn abgelehnt. Sie haben ihn am Ende nicht gewollt. Als er als König eingezogen ist in Jerusalem, haben sie noch gerufen Hosanna. Aber wenige Tage später haben sie gerufen Kreuzige. Und all das hat Gott zugelassen. Er wusste das, dass es so geschehen wird, weil dadurch sein Plan, sein Heilsplan erfüllt wird. Dass wir gerettet werden sollen von unserer Blindheit. Dass wir sehend werden. Dass wir Kinder Gottes werden. Dass wir Gerettete sind. Dass wir das Licht des Lebens haben. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese wunderbare Geschichte der Errettung. Wir danken dir, dass du errettest auf so vielfältige Weise, dass dir nichts unmöglich ist. Ja, dass du selbst Heiden gebrauchen kannst zur Rettung deines Volkes. Herr, du gebrauchst die Liebe. Herr, lass du uns erfüllt sein mit Liebe. Mit dieser Liebe, die dich dahin gebracht hat, Mensch zu werden und auch ans Kreuz zu gehen. Herr, wenn wir das Mal jetzt gleich nehmen, dann bitten wir dich, dass du unsere Herzen mit deiner Agape Liebe füllst. Dass wir, ja, diejenigen, die schutzbedürftig sind, die so hilflos sind, die, ja, so angewiesen sind auf Barmherzigkeit, dass wir, ja, dass wir ihnen Barmherzigkeit zeigen. Und du hast gesagt, ja, wenn ihr einen dieser Kleinen aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Und so bitten wir dich, dass du unsere Herzen wirklich weit machst, dass wir barmherzige Herzen haben, liebende Menschen sind, die sich um, ja, Schwache, Hilflose kümmern, sich einsetzen, sich hingeben. Denen das Leid und das Elend nicht egal ist, die keine harten und grausamen Herzen haben, sondern weiche Herzen, die bereit sind, einzutreten für Gerechtigkeit, die bereit sind, dem, der leidet, zu Hilfe zu springen, die bereit sind, ja, und sich einsetzen dafür, dass Friede entsteht. Selbst da, wo wir zurückgewiesen werden, wie Mose zurückgewiesen wurde, bitten wir dich, dass du uns mit dieser Agape Liebe füllst, während wir dein Mahl nehmen. Amen.